Ja, ich habe mich gefreut, dass ich eingeladen worden bin jetzt zu dem Patronatsfest. Das ergab sich auch so, dass ich dann auch hier der Messe vorstehen konnte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, ich war hier mit im Kapellenbeirat und wir haben viele gemeinsame Dinge hier in Angriff genommen. Auch ganz am Anfang, wie ich hier war, die Renovierung der Antoniuskapelle, besonders die Innenrenovierung. Ja, und ich erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, hier müssten wir eigentlich auch mal was machen. Und habe dann gesagt, ja gut, das ist eine Frage des Geldes und so. Da hat einer der Tungalor gesagt, wenn widert wild, dann wild widert. Und so haben wir die Sache dann hier auch angegangen und ich denke auch gut zu Ende gebracht. Als Wunsch gebe ich Ihnen mit auf den Weg, dass diese Gemeinschaft, die ich also hier erlebt habe, sowohl zwischen den Kapellenmitgliedern als auch den Mitgliedern aus Pröpsting, dass diese Gemeinschaft weiterhin auch in Zukunft Bestand hat. Das gute Miteinander. Rauschen 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 Ar telef Rauschen